Jo, moin Leute, genui und herzlich willkommen zu Let's Play Together, der Erdringer Online mit dem lieben Glabarin Eisenbart. Hallo meine lieben Morvids, Menschen, Elben und Zwerge und Duno, Splitterfell. Ja, wir machen heute weiter in den Einsamlanden in Agamara. Wir stehen hier oben noch im Turm bei Radagast. So, ich kann dir leider nichts mehr beibringen, du kennst schon alles, du kennst schon alles, was ich hier habe, aber ich muss das heute noch einmal einsetzen, weil irgendein Charakter, den ich gleich irgendwo sehe, mache ich das einfach mal. Ich öffne mal kurz noch meine Geschenke. Ja, vielleicht steht ja Amadok noch unten. Das kann nicht sein, so ein Verjüngungstrank. Goldene Geschenke, universelle Moraltränke, ah ja. Schrift der Beweglichkeit wäre ein, der drunter gewesen, aber Gang 7, alles klar, läuft. Krass. Ich habe vorhin im Weltcheck gesehen, da hat jemand die Schrift von Schicksal, äh, Stufe 10 verkauft. Mhm. So, wo machen wir denn heute weiter? Das ist eine sehr gute Frage. Steht hier oben einer? Einer nicht, okay. Achso, ja, die sind jetzt in Gaffa Gawain unterwegs. Genau. Die Sippe ist mal wieder aktiv, wie je und je. Ähm, ich gucke gerade mal, von den Aufgaben her, müssen wir, ich meine, Buch 2 haben wir so gut wie fertig eigentlich. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Gaffa Gawain, die Instanzen machen und noch, ja, nur noch die Instanz. Und heute ein paar Taten. Wobei, da können wir uns erstmal ranhalten, oder? Ich guck mal gerade. Bei den Taten. Also Lande, Bezwinger der Sumpflaura, da fehlen noch ein paar. Da sind wir mittelschwer, oder? Ja. Ja, sind wir fast fertig. Dann haben wir die fertig und dann kommen wir in die Instanz rein. Ah, da, guck mal, vor dir steht einer. Oh, ein 105, der kann bestimmt schon alles. Nein, bleib stehen. Oh Gott, ist er weg. Ja. Ja, will ich mal sagen. Fürs Erste. Machen wir mal. Was ist denn diese Woche? Wohl eine Instanz. Ach, die wird mir gar nicht angezeigt. Noch zu klein mit dem Level. Zu klein für, ja. Achso, den neuen Code können wir einlösen. Den habe ich noch gar nicht. Feel Fresh heißt der. Ja, Verjüngungsdrang. Viel Spaß, hol dir den mal. Ich habe gerade einen durch die Kiste bekommen, der reicht mir. Ich benutze den sowieso so gut wie nie. Weil die bei mir schon zwei Inventabletze einnehmen und das ist schon extrem viel, wie ich finde. Achso, ja. Falls ihr euch denkt, warum klickt der Gende heute so down. Ich war am Vorabend. Oder Yannick, also der liebe Übermaß hat seinen Geburtstag nachgefeiert, seinen 20. Und, äh, ja. Genullt. Genullt? Er hat genullt. Genullt. Ja, wenn er 20 geworden ist, hat er genossen. Das ist wahr. So, warum hat er mir das jetzt hier nicht übernommen? Der Spacko. Okay. Das zählt bestimmt nur für neue Tage. Das ist ja ärgerlich. Ach, wir müssen ja auch nur mit den Dingen am Eingang reden. Ach ja, klar, natürlich. Ich erinnere mich. Boah. So, du stehst da hinten noch. Es ist halt die Frage, wir könnten, ja, ja. Ich habe ihn aber trotzdem gekriegt. Wir könnten ja aber trotzdem rein theoretisch mit den Typen ja trotzdem sprechen und die ersten zwei Dreier-Instanzen ja alleine machen. Ja, das machen wir auch alleine. Hatte ich doch so gedacht, oder? Ja. Ja. Die letzten drei entstanden, wir sind zu zweit. Badewächter, das sollte eigentlich kein Problem sein. Hier hat sich irgendwo da vorne. Leute, über den bin ich drüber gesprungen. Ich komme mir vor wie gestern Abend, als ich mit Sapir durch die Gegend gezogen bin. Die hat auch mehr Schaden gemacht als mein Jäger, weil die einfach viel schneller waren. Wir haben Bade, ne? Du kannst dich halt bewegen beim Kämpfen, Musik machen und schreien und sowas. Das hat der Bade echt einen Vorteil mit, also das ist echt krass, während du halt immer beim Jäger-Fokus aufbauen musst und sowas, ne? Hm. Das ist wohl wahr. Wobei, wir können ja schon mal die, wir können ja die Dinge ins Laufen eigentlich, weil da drin sind ja auch so ein Flora, oder? Äh, ja, deshalb, ja, meinte ich das ja eigentlich so, dass wir die trotzdem zu zweit machen können. Weil die Tat kriegen wir ja da trotzdem auch fertig, meine ich. Ja, genau. Ich glaube, aber das war nur in einer Instanz, die so ein Flora, oder? Ja, ist ja nicht so schlimm, aber ich glaube, gab es nicht noch eine Tat in der Gapha Gawain selber. Von dem zum Flora besiegen? Nein. Nein, nein, von irgendeiner anderen Tat, wo du trotzdem jedes Mal in die mehrmals musst, als nur einmal. Ich meine, da war was. Wie jetzt? Also laufen wir die mehrmals jetzt, oder wie? Nein, wir müssten sie rein theoretisch mehrmals laufen, weil es da noch irgendeine Tat gab. Das weiß ich nicht. Ich bin mir aber gerade nicht mehr so sicher, aber muss man, muss man ausprobieren. Oh, warte, mich greift was an. Ich bin gestunt. Ah, so blau. Sogar zwei Sachen waren. Dreh dich rum, glabberin, du faule Sau. Lol. Ach, die hat ne Wurzel beschworen, ne? Okay. Wo? Dann hab ich ihn getötet. Ah, gut. Sehr gut. Ja, das wird... Jede Menge Unheilte, jede Menge Tote. Heute brauchen wir aber nicht mehr... Ne, das haben wir beim letzten Mal fertig gemacht. Genau. Ne, wir brauchen, glaube ich, nur noch die Sumpflaura und... Bin und Wage. Genau. Oha. Nein, das wollte ich nicht erreichen. Ech. Genau, Wage und Spinnen. Spinnen sollten wir aber auch dadurch da nicht kriegen. Nein, das kriegen wir nicht. Die müssen mal so in den Ruinen töten. Ja. Aber dann würde ich sagen, wir haben jetzt ne Runde gedreht und können wir jetzt zum Tor wiederlaufen zu den äußeren Toren eigentlich, oder? Mhm. Oder wir benutzen ne Mithril-Münz zu mir, es ist einerlei. Ich habe aber kaum noch welche. Geht, dann laufen wir hin. Ich habe leider diesen Monat kein Geld dafür, um mir noch welche zu holen. Keine Punkte. Äh, das auch. Ja, weil ich mache mit dem Bio-Ninger, den ich ja gestern Abend angefangen habe zu spielen. Ach, hast du die Dinge ins Gold, oder? Habe ich mir die, äh, ja, ich hatte ja nur noch, ich habe ja irgendwie knapp 200 Punkte gehabt und habe mir den Stein der Schuldkröte geholt, weil ich möchte das dann ungefähr genauso machen, wie im letzten Teil auch. Genau, dass ich dann auch, genau, dass ich dann die Taten gleich im Anschluss mitmache. Weil so kriege ich, äh, direkt auch, äh, die Punkte quasi wieder reinvestiert. Ja, genau. Das stimmt. Und ich habe gestern Abend einige gesehen, die bei mir im Questgebiet rumgelaufen sind, ähm, der Menschen. Ähm, und, äh, tatsächlich auch den Stein der Schuldkröte drin hatten. Ja, die gucken. Also es wird doch häufiger benutzt als, äh... Und dann haben wir jetzt 22 von 60. Ja, das ist optimal. Ich glaube, hier vorne steht auch noch einer, oder? Oder ist das ein Baum? Nee, ist eine Wurzel. Hier ist einer. Der hat mich gestunnt. Ihr sagt, nee, ist eine Wurzel. Und in dem Moment werde ich gestunnt. Nee, ist eine Wurzel? So. Nee, du hast doch gesagt, nee, ist eine Wurzel. Nee. Ich habe gar nichts gesagt. Doch. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Verwirrt. Weil... Bezu sollen wir links lang wieder? Wir können ja auch mal eben reinrushen, oder? Meinst du nicht, dass wir die Pläne suchen? Doch, aber... Ja, dann komm. Ich stehe in den Griff. Ja. Ja. Jawohl. Verrück-Kazad. So sind jetzt wir hier, hm? Kann so ein Schurker eigentlich auch Krähenfüße werfen? Also von der Klasse her? Ja. Ja. Das ist dann, das kann er sich beim Waffenschmied basteln lassen, genauso wie die Murmeln. Kann man, den kann man aber nicht unendlich lange nutzen, ne? Davon hat man nur eine geringe Zahl, oder? Ja, genau. Die musst du jedes Mal wieder neu herstellen. Aber sind eigentlich ganz cool. Was machen die? Die machen die Schaden über Zeit, oder verlangsamen die nur? Mhm. Äh, ne, die machen auch Schaden über Zeit, ich glaub die verursachen Blutungsschaden. Ich war mir da nicht mehr so sicher, ich geh da immer raus, weil ich weiß nur, dass man dadurch verlangsamt wird, von dem Feind geht's, also wenn die die jetzt geworfen haben zum Beispiel, oder machen die auch gut einen Schaden. Ja, das auch, aber guck, aber du machst auch, kriegst auch Schaden hier, siehst du? Oh ja. Resistenzwunde, aller zwei Sekunden. Nicht schlecht. Also ist schon gut, wenn du da rausgehst, so ist das nicht. Hey, das hab ich mir schon gedacht. Über ne Zunge. Es beginnt. So, da wären wir wieder. Mhm. Sammelt Schilde. Ich grüße euch. Hm? Verlegte von Rudor. Bleibt einen Moment. Ja, sammelt Rindig. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, rushen wir erstmal hier durch, oder, bevor wir die Instanzen machen. Ja. Ja. Und hier gibt's ja auch das meiste. Ja, hier war ja früher der Eingang der Instanzen eigentlich. Die sind hier ja auch. Loll, guck mal, hier. Äh. Artefakte. Warte. Direkt hinter uns. Aufgehoben. Loll. Direkt am Eingang. Die hab ich aber auch nie gesehen hier. Ich hab mich nur durch Zufall gerade rumgegeben. Ach, weißt du was, der Schlachtzug-Kälfer? Oh, 32. Ach ja, genau, den hab ich vergessen. Gut, das ist mir jetzt gerade auch erst so aufgefallen. Genau. Warte. Oh, was essen ist ne gute Idee. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja, aber das ist nun mal gut. Wenn man jetzt auf, wenn man jetzt auf Sippe klickt, ja, dann steht überall Garfa, 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 Garfa. Okay. Äh, nur das wird zwei gefahren. Okay. Ja, gib mal vor, ich glaub die drei kommen sofort alle. Ja, mal sehen. Oh ja. Ah, die sind nochmal ganz schön heavy. Ja, die sind ja auch 32. Geh mal lieber auf Heilung. Ja. Kannst du Luft holen? Kannst du Luft holen? Nee. Nee. Nee, kann ich nicht, hab ich ja gerade gemacht. Okay, ja, warte. Ich bin tot. Jo, okay, dann muss ich erst mal zurück, ey. Sonst pack ich das nicht. Ich bin tot. Jo, okay, dann muss ich erst mal zurück, ey. Sonst pack ich das nicht. Boah, der erste Tod. Holy shit, ey. Oh nein, mein erster Tod. Bleib liegen. Gehen die weg? Ja, ja. Kannst mich ja wiederbeleben. Nee, noch nicht. Geh jetzt von Anfang an direkt auf Heilung. Gehen die zurück? Wir haben zurückgesetzt. Sehr gut. Ich komme. Ah, dann kriegst du jetzt die nächste Tag. Ja. Lebe wieder. Habe ich auch gedacht. Ja. Mal gucken, wie oft ich sterbe, damit ich wiederbeleben kann. Boah, ja. Die Tat habe ich noch nicht mehr mit meinem 105er fertig. Ich schon. Nee, ich nicht. Ja, du hast sie noch. Ich werde dir gerade angeguckt. Die sind Elite. Ich habe noch keinen Tod stellen, diese Scheiße. Ich hasse das. Was greift dich denn da an? Dieser Kreat-Novize. Ach, der. Hast du nicht hier diesen Schrei, dass du den wegschicken kannst? Doch. Tatsächlich. Ich nutze ihn so gut wie es nie. Aber jetzt renne ich in die feindlichen Linie rein, ey. Kann ich mich das mal auffallen. Hier bleiben. Jawoll. Ja. Dann belebe mich mal wieder. Sieht man halt auch mal jetzt hier. Vielen Dank. Anmutiges Verhalten, genau. Lebe hundertmal wieder. Gerne, gerne. Ich gehe direkt schon mal. Soll ich grüne Haltung nehmen? Ein kleines bisschen Schaden machen. Ein kleines bisschen Schaden machen. So, dass du halt ein bisschen Schaden machen kannst. Aber auch ein. Ne, warte dann. Ne, dann gehe ich komplett auf. Ich wechsle auf jeden Fall in die Haltung. Heilen. Also. Eigenschaftsbaum. Blau. Blau. Okay, warte. Dann werde ich, glaube ich, aber auch wechseln. Schild. Wollte ich gerade sagen. Schild. Genau. Da habe ich die wohl etwas unterschätzt, die Guten. Ähm. Wo war das denn nochmal? Also bei Oka Gandalf. Oka Gandalf. Genau. Ja, alles klar. Warte mal, da kann ich noch gut verteilen, sehe ich gerade. Hahaha. Ja, bei mir nicht. Ah ja. Schneeball. Richtig. Mein Wolf ist auch irgendwie weg. Jetzt ist er wieder da. Okay. So, okay. Dann nochmal los. So. Ja. Meine Gott, hauen die rein, eyl. Sehr appartig. Sag ich ja. Egal, ich muss nur heilen. Tat heute mochen. also geht das ja und wenn man die krankheit nehmen ja was sonst bin ich gleich bewusstlos ich habe es mir nämlich gerade genommen schon die eine krankheit aber zweimal kann ich nicht raussuchen auch hier ist eine säule neu ach guck mal da kommt der 105er der affe danke dass du mir den eingeklaut hast angekündigter retter wie danke noch mal das lied der hilfe oder gefährten hier nein mein gott jetzt prob ich auch immer wieder alles alles holy shit ja dann lass mal weiterlaufen bevor die respawn ach guck mal hier sind noch mehr relikte nach das wollte ich aber nicht krass da habe ich den ersten titel da habe ich den titel direkt der erste tod die titel von der folge das erste mal gestoppt hast du willst du direkt rein schreiben damit man das direkt weiß würde ich nicht dass also ich finde das titel muss man bewusst wählen für also wenn man jetzt sagt wo man ist jetzt links oder rechts erst mal links oder okay die sind ja nicht allzu stark wo sind die stehen jetzt hier links um die ecke dadurch ja das ist ein klein ich musste noch kurz auswählen stimmt die gehen noch ja die sind noch ganz okay ja die sind auch nur signatur glaube ich ja der andere die sind auch immer weiter bestimmt auch dass man braucht man sich nicht ich bin nicht in Sichtweite Ach ja, dann bekomm ich ja mehr zu erzählen. Da war das. Na. Na. Das ist da. Jawohl. Puh. Genau, noch ein Out-the-Fuck mitnehmen. Ah, hier vorne sind auch wieder welche Anführer. Kriott, Kriott. Okay, da krieg ich mal direkt raus. Jawohl. Ach man. Niemand mit dir ins Star. Nee. Oh, einer kommt zu mir. Er kommt zu mir. Ja, alles ist da. Schildspot macht das. Ja. Verteidigung besprochen. Ja. Ja, diesmal kannst du das, musst du das tun. Jemand mit ihrem Stun. Jetzt bräuchte man Cougie mit Stun Schuss. Ja. Das ist wahr. So. Sehr gut. Wollte ich gerade sagen. Sehr wunderbar. Ja. Die Tür da vorne liegt noch was. So. Wir sind sonst noch irgendwie etwas. Achso. Ja. Geh ich noch. Gegner. Richtig. Noch mal Anführer. Anführer brauchen wir ja, ne? Ne, Röppklinge brauchen wir. Und die Hüte auch. Kommt wahrscheinlich gleich noch einer. Ja. Dazu. Kriegen wir hin. Ja, nice. Das macht ein richtiger Wächter. Boah. Awesome, Junge. Fale. Fale. Ich würde sagen, das Wächterspiel ist schon mal ganz gut. Ja, ja. Flott. Fale. Brauchen wir die Eiffahrer überhaupt? Ach, das sind die Hüter. Okay. Ja. Warum jetzt? Na guck mal. Häuptlinge. Mhm. Genau, die Anführer sind doch die Häuptlinge. So hieß der erste Eingang. So. Glaube ich. Schon. Kommt gut hin. Das ist für Eva, glaube ich, hier die Schlucht. Ja. Okay. Ja, da war ich schon ewig nicht. Wir haben die, glaube ich, noch nicht mal freigeschaltet. Wir müssen, glaube ich, sowieso noch aufsteigen dafür. Ja. Wir müssen ja sowieso noch dem Viecher hier kloppen erstmal. Erstmal alles vorbereiten für die Innis. So, da oben steht ein Anführer. Der ist Elite. Ich hab noch nicht mal angeguckt. Ja. Die sind alle drei miteinander verbunden. Okay. Gesehen. Alter, Junge. Äh, du, den Bogenschützen. Kannst du den noch holen? Äh, ja. Warte. Der Gegner gerade gehörig. Leula, es kommt noch einer, oder? Es kommt noch einer. Nee, jetzt. Ach nee, doch nicht. Okay. Ah, er schießt auf mich. Warte. Ich geh mal hier hinter in die Ecke. Ja. Habe ich dann alle drei bei mir. Boah, die sind alle drei Elite. Boah. Alles klar. Hä, warum haltet ihr dich nicht? WTF? Mein Gott, ey. Gelingt, dass ist Wächter-rorsshaunen-hash Hahn hier. goodbye ich viel schneller und weich viel schneller aus. boyfriend, rehıyorlar, schaffte ihn total schwer. Das ist nicht schlecht, die Fähigkeit. Das ist wahr. Voila. Ich muss erstmal stoppen hier und durchfangen. Der Erste. Ne, der Zweite. Aber von den beiden. Der Erste. Achso. Ja, das hier. Sehr gut. Uff. Ah, ah, uh, uh, uh. Wahre Wettstein. Brauche ich nicht. Ich nehme die kritischen Sachen immer. Gerne. Wir packen ja mal einen gemeinsamen Lagerraum. Äh, davon habe ich schon 100 Stück. Ich auch, aber man kann die genug haben. Ach, Quatsch. Ne, 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 ne. So, jetzt hier runter? Ja. Hier ist noch was haben wir hier in der Artefakt. Ohja. Zehn Stück haben wir schon. Kann ich leuchten sehen. Äh, läuft nicht so weit vorne. Ja, habe ich auch gemerkt gerade. Da kommt nur einer. Ja. Na komm. Der hat mir meine, der hat mir meine Waffen geklaut. Aha. Genauso nervig wie der Schrei aus Skyrim, der eine Waffe hat. Ist genauso ätzend. Ist einfach so, ja. Das Problem bei Skyrim ist, da muss man die Waffe erst nochmal wiederfinden. Weil man die komplett aus der Hand verliert und auch aus dem Inventar. Dann liegt die irgendwo hier oben. Ja, okay, das ist ja hier nicht so. So, warte, ähm, die patrouillieren hier, ne? Nicht, dass wir jetzt hier gleich, da läuft hier gleich noch einer. Auf jeden Fall. Und hol die doch mal hier hin. Okay. Ja, jetzt nicht mehr. Da hinten kommt schon der Bogenschütze, den ich meine. Der läuft hier auch gleich an uns vorbei. Dann sammeln wir den erstmal kurz ein. Weil oben patrouillieren sie nämlich auch schon wieder. Oben ist nämlich schon der Whisky da. Jetzt echt aufpassen, wir sind mitten drin. Ich glaub der Bogenschütze müsste jetzt gleich kommen. Ja, ich hab ihn schon im Target. Sehr gut. Mh, mit nem Bogen. War von der Eifer drin. Das war schön in den Nahkampf zwingen. Gab's das nicht? Ach nee, das hatte der Schurke. Der Schurke hatte das, äh. Echt? Als Unterstützerfähigkeit, die Attacke. Konnte die Bogenschütze in den Nahkampf locken? Ja. Ja. Dann zwingt er die in den Nahkampf. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja, dann mal schnell auf Dinam. Direkt. Ach guck mal, die sind sogar nur Signatur. Zu spät. Ja, egal. Nehm ich die so runter. Weißt du was? Ich schick jetzt mal einfach einen weg, ja? Mach das. Oder er kommt direkt wieder. Alles klar. Ach so, ja. Okay, das war zu spät. Da hab ich jetzt nicht geschalten. Hallo? Ist gut. Alles gut. Ja. Heilung kommt. Sehr gut. Ja. 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 Und wieder. Super. Ja. Sehr gut. Charaktivist gesehen könnten wir hier mal ganz schnell an dieser Stelle einen Cut machen. Ja. Weil die vorgehoben ist. Alles klar. Dann machen wir das doch mal eben fix In dem Sinne, liebe Freunde Wir hoffen, euch hat dieser Part gefallen Ja, lasst es uns in den Kommentaren wissen Schön von mir in Holverein Ciao, Leute Euer Geno Von mir auch, macht's gut Euer Steinchen Tschüss